Ich bin Psychologe, Experte für toxische Beziehungen und so weiter und so fort. Mein Programm, um da rauszukommen, findest du auf liebeschip.de. Ja, und heute, ich habe da schon ein paar Tage drüber nachgedacht, aber reden wir mal über Amurant. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Amurant, keine Ahnung, ist die größte Twitch-Streamerin weltweit und die Königin des, wie soll ich mal sagen, Adult-Contents für Männer, zumindest was diese Mischung mit Twitch angeht. Sie hat also auf Twitch 2,8 Millionen Follower und macht so sehr, ich finde fragwürdig, aber, Gott, Content, also mit so ASMR-Geschichten und also immer leicht bekleidet, dann dieses Hot-Tube-Basing, also sich dann irgendwelchen Pools regeln, weil man darf sich, glaube ich, auf Twitch irgendwie nur so halbnackt sein, wenn das mit irgendwelchen Aktivitäten einhergeht, wie schwimmen oder so. Und man hat sich schon häufig gefragt, warum werden da nicht wegen irgendwelcher Sachen, auch vielleicht zu Recht, Monte und was weiß ich was, immer wieder gebannt, aber sie eigentlich nicht so. Man, die ist auch dreimal gebannt worden, aber es ist einfach krass, dass das so läuft auf Twitch, wo die ja, also gerade haben sie ja auch Glücksspiel verboten und so weiter und vielleicht wäre das so eine Sache, die man da auch mal angehen sollte, aber gut. Und sie ist halt so krass, dass sie, also sie hat auch noch einen Onlyfans-Account, also diese, wer das nicht kennt, diese Plattform, gerade in aller Munde, wo, ja, Frauen sich, also in aller Regel Frauen sich vermarkten an einsame Männer mit, wo man das Gefühl hat, so einen personalisierten Content zu kriegen, der natürlich nicht so personalisiert ist, wie man denkt. Und ich habe gerade nochmal geguckt, also man geht davon aus, dass sie fünf bis sieben Millionen pro Jahr verdient, über alle Plattformen weg. Und, ja, dementsprechend, ja, mehrere, also vermutlich, ja, mehrere zehn Millionen verdient hat damit. Aber gut, das mal nur so als Hintergrund. Also sie macht auch so krasse Sachen wie im Schlaf, in Schlaffilmen und dabei, ja, diesen Subcounter laufen lassen auf Twitch und, also es ist auch immer wieder, für mich erstaunlich, dass tatsächlich Männer dafür bezahlen. Da gibt es auch einzelne, die irrsinnige Summen bezahlen da, aber, ja gut, kann man so abtun unter Marktwirtschaft. Aber kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Auf jeden Fall gibt es, jetzt gibt es da so einen Riesenskandal. Also sie hat sich eben auch so als Single irgendwo vermarktet, was natürlich auch hilft bei diesem Onlyfans-Content. Und jetzt hat sie halt, könnte ich auch überall finden, ich blende das jetzt mal nicht ein, will auch niemand anträgern, dann hat sie halt gesagt, dass sie gezwungen worden ist, also dass sie verheiratet ist und in einer toxischen Beziehung ist, wo ich überhaupt keine Zweifel dran habe. Und dass, ja, sie gezwungen worden ist, diesen Content zu machen und, ja, irgendwie gezwungen zum Beispiel, indem gesagt wurde, ja, ich töte deine Hunde und ich weiß nicht was. Also vielleicht will ich auch niemanden anträgern, aber, und, ja, da hat es halt so sehr dramatische, könnt ihr auch finden auf YouTube und überall Streams gegeben, wo die sich da irgendwie streiten. Und sie zeigt dann so Chats, wo er sagt, ja, ich spende das ganze Geld. Also ein bisschen so Britney Spears-mäßig vielleicht, wenn man so will, außer dass sie jetzt verheiratet sind. Und, ja, und zeigt dann aufgebrochene Türen und ich weiß nicht was. Und, ja, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Netz, also wirkt total wie eine toxische Beziehung. Und, ja, was ich nur irgendwie erstaunlich finde, also gerade nach dieser Emma Hört-Geschichte, dass sofort wieder zum Beispiel auf Twitter sofort wieder so durchgängig, ja, ist ja klar, was da jetzt passiert ist. Also nicht sie macht diesen Content, sondern ihr Mann hat sie dazu gezwungen. Und, ja, also natürlich, wie gesagt, ich habe da keinen Zweifel dran. Natürlich sollte man Menschen auch immer glauben erst mal. Aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das einen komischen Vibe verursacht, sag ich mal, wenn das, also guckt euch das gerne mal an, müsst ihr einfach am Rand Drama eingeben, wenn das gleichzeitig monetarisiert wird. Also ich bin da auf Social Media und der Sub-Counter läuft und du kannst, es werden weiter Einnahmen produziert über sowas, dass das einen komischen Vibe gibt. Also, ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch schon so oft, ich meine, wie gesagt, muss immer erst mal alles für bare Münze nehmen, aber ich habe es einfach schon so oft erlebt, dass Menschen, gerade auch Social Media, ja, dass sich die Dinge dann doch, also sich als in der Weise darstellen, wie es dann hinterher doch nicht ganz so ist. Und darüber, ich meine, das ist, darüber würde ich auch gerne mal reden heute, dass wirklich einfach unfassbar viel Content gemacht wird über Drama, irgendwie Drama, Drama, Drama. Und klar, das gucken wir, müssen uns alle selbst an die Nase fassen. Und ich habe ja gestern auch ein längeres Video zugesehen über einen anderen YouTuber, der hat sich da auch ein bisschen drüber beschwert. Das ist auch frustrierend, weil du versuchst, so Reichweite zu generieren mit vernünftigem Content und merkst dann aber, so richtig Reichweite kriegst du eigentlich nur über das Drama, also über diese ganzen Reaction-Kanäle und wo sich YouTuber streiten und ich weiß nicht was. Und dann macht der eine ein Video und ein Gegenvideo und das wird einfach am meisten geguckt, obwohl es eigentlich keinen Mehrwert hat. Und ja, also das ist, was man schnell lernt hier auf der Plattform. Und das ist natürlich jetzt, jenseits allem, was da jetzt wirklich ist und wo man allen immer nur jede denkliche Hilfe wünscht, natürlich ist es natürlich ein Riesendrama, was natürlich unglaublich viele Klicks wiederbringt. Und ich frage mich immer, muss das denn irgendwie jetzt wieder monetarisiert werden, wenn sie da jetzt in so einer Stimmbeziehung ist? Also wie gesagt, es wirkt total toxisch, aber kann sie das nicht anderweitig lösen? Ich meine, sie ist ja nicht im Iran oder so, keine Ahnung, kann sie, gibt es da nicht andere Wege, vielleicht Polizei einschalten oder ich weiß nicht was oder irgendwelche anderen rechtlichen Sachen. Muss das auf wieder monetarisiert werden bis zum, geht nicht mehr. Und ich sage dann noch so, okay, gut, vielleicht ist das ihr Weg. Aber was ich jetzt, wo ich die Woche entschieden habe, das Video heute mal zu machen, weil, was ich jetzt einfach bemerkenswert finde, dass es jetzt nach einem Tag heißt, oh ja, wir haben uns geeinigt und ja, das ist alles, wir haben uns geeinigt. Ich habe mein ganzes Geld zurück und er macht jetzt Therapie und ist alles fein und wir gehen jetzt irgendwie auseinander und haben uns da irgendwie geeinigt. Und ich meine, wer wirklich in toxischen Beziehungen war, also ich auch, so, der weiß einfach, dass ich über, also ich habe das zumindest noch nicht erlebt, dass es dann so in zwei Tagen eine Einigung gibt, sondern ganz im Gegenteil, wird über Jahre erbittert gestritten um jeden Cent. Ich meine, vielleicht kommt das da auch noch. Aber ja, ich weiß nicht, mir gibt das einfach, das würde ich einmal mal sagen, komischen Vibe und ich finde, man sollte mal, wenn man sowas hört, nicht immer, also gerade nach dieser Emma-Hört-Geschichte, finde ich, kann man mal einmal tief durchatmen und kann man mal einmal gucken, bevor man sofort sich ein Urteil bildet und ja, mal einen Moment innehalten vielleicht, werde ich auch machen und ja, mal gucken, wie es sich so entwickelt, bevor man wieder in diese reflexhaften Muster verfällt, weil, meine, die Realität ist auch, meine, ich muss auch zugeben, also mir schreiben ja ständig Leute, die missbräuchigen Beziehungen sind und das sind Männer und Frauen und ja, mir schreiben deutlich mehr Frauen, würde ich auch sagen, aber Forschung zeigt eben auch zunehmend, dass auch zum Beispiel sowas wie häusliche Gewalt und so, dass es einfach viel nicht so einseitig verteilt ist, wie man denkt so, ne? Und ich, also ich sehe mich da schon irgendwo auch ein bisschen in der Verantwortung immer wieder drauf hinzuweisen, ja, auch Männer kommen unter die Räder, auch Männer werden benutzt, auch Männer erleben hausliche Gewalt und, ähm, und viele Geschichten, ich erlebe ja ständig Geschichten, sind doch, haben mehrere Layer, als man so denkt, also das würde ich nochmal zu Bedenken geben und was mir auch einen komischen Vibe macht, das ist jetzt, also auf Twitter kann man das ganz viel finden, ähm, ja, das, das ist jetzt so die coole, also erst war sie so die coole Sexworkerin, die emanzipierte Frau und jetzt ist sozusagen, ah, okay, da ist jetzt ein Mann dahinter, jetzt ist, äh, jetzt ist natürlich wieder schlecht, weil der Mann, äh, der böse Mann hat sie jetzt, also sie ist jetzt doch nicht die coole Sexworkerin, sondern, äh, die sexuelle Elend von, äh, zigtausenden Männern monetarisiert, gut, kann man alles so akzeptieren als Marktwirtschaft, mein Gott, ich meine, die wissen ja, was die tun da, ähm, äh, äh, ne, jetzt ist es auf einmal der böse Mann, der dahinter steckt und sie hatte, ja, ich konnte ja gar nichts für, das Geld ist natürlich trotzdem verdient und, äh, und ich bin jetzt auch mal gespannt, wenn sich das jetzt tatsächlich löst, macht sie denn jetzt keinen Erwachsenen-Onlyfans-Content mehr, dann würde ich ja echt sagen, okay, gut, oder geht das einfach so weiter, das wird natürlich noch mehr Fragezeichen generieren, aber wie gesagt, ich wünsche den beiden auf jeden Fall das Allerbeste und wollte einfach nur sagen, man sollte vielleicht mal einmal tief durchatmen und sagen, lass uns doch die Dinge einfach mal auf uns wirken und offensichtlich hat sie ja Hilfe und alles und da kann man ja mal gucken, wie sich das entwickelt und nicht wieder in diese gleichen Reflexe, ich kann nur eins, kann man auf jeden Fall sagen, wenn das andersrum wäre, wenn das ein Mann gemacht hätte, wenn ein Mann, ähm, nehmen wir mal Andrew Tate, und das so monetarisiert, äh, der wird dann gecancelt und alles und, ähm, mach ja auch richtig sein, ich meine, ich bin überhaupt kein Freund von Cancel Culture, aber, aber, äh, dass auf eine Frau ganz anders reagiert wird, als, das sieht man ja auch bei Johnny Depp, als wenn ein Mann, äh, solche Sachen erlebt und das finde ich irgendwie, weiß nicht, finde ich auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, muss ich echt sagen, also, das, da müssen wir natürlich auch mal kurz reden, ähm, und, ähm, ja, äh, ich finde, also, wir haben ja jetzt, diskutieren wir ja oft hier auf diesem Kanal, Female Choice, also, Frauen, äh, können sich völlig frei bewegen auf dem Datingmarkt und, ähm, haben wir ja schon vielfach besprochen, dass das unter Umständen dazu führt, dass viele Männer auch, äh, völlig untergehen auf dem Datingmarkt, ne, und wo landen die? Äh, die landen, äh, ja, auf diesen Only-Fans-Plattformen, man kann natürlich sagen, so, auch ein bisschen deren Verantwortung, klar, äh, wo das dann, äh, kapitalisiert wird von, äh, ja, bestimmten, was soll ich mal sagen, bestimmten Frauen und, ähm, ich weiß nicht, also, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht unbedingt so ein sauberes Business, sage ich mal, und, äh, dass das so gesellschaftlich so schulterzogend abgetan wird, als, äh, Frauen sind ja jetzt halt die emanzipierten Sex-Workerinnen und, äh, dann nehmen sie eben die tumben Männer aus, äh, ist doch scheißegal, sie sind auch selber schuld, äh, das finde ich auch ein bisschen einfacher und ein bisschen zu einfach, ähm, und, weiß nicht, warum das nicht irgendwie problematischer gesehen wird, wie auch zum Beispiel Glücksspiel-Content und so, ähm, ähm, also, weil letztlich kapitalisierst du ja auch die Schwächen von Menschen und lügst sie auch irgendwo an, ne? Ich meine, sie ist ja offensichtlich nicht Single und, ähm, ist doch auch irgendwo eine Lüge, das Ganze, ne? Also, ich weiß nicht. Aber gut, äh, also, ich, äh, finde es mal wieder faszinierend, wie diese Reflexe so funktionieren und, ähm, aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe gar keine, überhaupt keine Zweifel, also, was man, also, weil allein, dass sowas passiert, äh, spricht alles dafür, dass sie eine hochtoxische Beziehung da haben. Alles Weitere muss man mal sehen und dass, das wie auch an x, an zigtausenden anderen Stellen immer wieder benutzt wird, auch in Deutschland ganz viele, die immer wieder Drama, Action benutzen, um, äh, ja, Klicks zu generieren, wo wir natürlich auch, wir diese, ähm, soll ich mal sagen, Bevölkerung, die auf YouTube ist, auch natürlich auch diese Klicks auslösen. Wir gucken uns das ja an. Ähm, also, dass das so, ich weiß nicht, also, dass das immer wieder so, soll ich mal sagen, diese eigenen Befindlichkeiten im Leben, dass die so zu Geld gemacht werden müssen, ähm, finde ich, interessant. Sagen wir mal so, wie seht ihr das? Bin gespannt auf eure Kommentare, ja, versucht auch ausgewogen zu kommentieren, wäre mir auch sehr recht. Und, äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder.